Herzlich Willkommen auf Acora! Zur öffentlichen Diskussion, was ist dein Thema? Mein Thema ist, wenn Taiwan von China übergangen wird, wer hätte das, dass sie mit dem Wert selbst in den Krieg zu gehen? Was ist meine Protestie? Gefahr bei der Befürchtung, dass das Gendern in Sprache schlechter Rollen nicht zerstreut, sondern die teilweise bestätigt. Glaubst du an Gott? Jo, das sind ja heute ganz einfache Fragen, alles klar! Argumente Ansonsten Davon